Endlich ist es soweit! Ey yo! Das neue Album der Troglauer. Ab 3. Juni überall im Handel und ab sofort für euch zum Vorbestellen bereit. Ey yo! Das neue Album der Troglauer. 100% Heavy Volksmusik. Und am Samstag, 4. Juni, das große Troglauer Open Air in Chemnath. Unter anderem mit dabei... Barta Illich und die Kinihasen. Tickets und alle Infos auf troglauer.de Ey yo!